Mr. Falko Drei Gegner, drei bewaffnet, oh scheiße Ich schalte die denn jetzt aus, die sind ja ein bisschen blöd. Stehen sie hier alle so, kacke. Ich würd mal sagen... Oh, nicht runterfallen. So, erstmal den hier. Irgendwie ganz vorsichtig. Am besten wenn ich irgendwie runterkomme, aber wie soll ich das machen? Hier so ganz vorsichtig. Die hören mich doch eh, oder? Ich schätze mal schon. Ich probier's einfach mal so. Ganz vorsichtig. Scheiße. Oh, 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 oh. Das ist aber echt nicht gut hier. So. Ganz vorsichtig. Wenn ich da durchgehe, aber... Oh, oh. Dass die mich nicht sehen, Alter. Wie krank, ne? Wie krank. Okay, er sieht mich. Mal schnell ausschalten. Zack. So, haben wir auch. Mal wieder scannen. Da ist was. So, jetzt der Weg hier wieder frei anscheinend. Können wir wieder raus. Haben wir das mit der Villa abgeschlossen? Oh, du verrücktes Miststück! Hm? Shabby hat geflucht. Jetzt gibt's Haue von der Mann. Oh, 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 oh. Okay, es geht wieder raus. Die Villa haben wir abgeschlossen. Wir müssen mal wieder zu den Gärten. Dieses komische Labor finden. Jetzt müssen wir natürlich wieder aufpassen hier. Seit 10 Uhr ist es verboten, irgendwo in den Gängen der Anstalt umherzulaufen. Jeder, der dies tut, dem werden... Das ist doch unmöglich! Ah! Dem werden die Beine entfernt, und er darf keinen solchen Zaubertricks vorführen. So. Okay, also. Botanischer Gärten. Zerstört die Tampe in den botanischen Gärten. Da müssen wir hin, okay. Ist eigentlich nicht so schwer, da jetzt hinzukommen, oder? Das machst du toll, Charmy! Na, noch mehr? Was haben wir denn hier so? Ah, da kommen wir gar nicht rein. Okay. Auch nur abgesichert. Gar keine Gegner haben wir hier draußen? Für alle kalt gemacht, wa? Mal ab zu den botanischen Gärten. Das müsste ja hier sein. Hier hoch. Yo, da ist es. Okay. Willkommen in den botanischen Gärten. Let's go! Okay. Sieht aber sehr schön aus hier. Was macht er denn da? Hä? Hallo? Eingeschlafen. Alter, was machen die denn hier? Lol. Haben sie da hingesetzt, so als Statuen. Die sind doch schon platt, wa? Oh, verstorben. Sind tot. Ah, toll. Krasse Sache. Hier natürlich jetzt was zu finden, ist noch schwieriger, ne? Finde ich. Aha, da ist es wieder dicht. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Ach, diese Musik ist ja so herrlich. Dann, da, da, da. Okay, aber was... Tja, irgendwie wieder was finden hier. Hm. Da kommen wir aber nicht weiter. Einen anderen Weg müssen wir finden. Ich kann auch nirgendswo hoch. Botanical Glass House. Schön, aber da komme ich irgendwie nicht hin. Kaputt machen. Scheiße. Aber wir sind hier ja wohl richtig. Hier müssen wir ja hin, ne? Besorge dir die Sicherheitscodes des Anstaltsleiters. Ah. Finde den Anstaltsleiter mit dem sein DNA-Spur. Vielleicht sollten wir der DNA-Spur noch weiter folgen, weil hier ist ja keine mehr, glaube ich, ne? Ne. Vielleicht sollten wir das erst machen. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ich bin wieder ganz aus den Augen verloren hier. Meine Aufgaben. Dann müssen wir nochmal zu den Spuren zurück. Wenn wir denn... Da ist wieder ne Spur. Okay. Die führt uns hier entlang. Ja. Jetzt ist das letzte Tor verschlossen. Hier soll die Sicherheitscodes. Aber wenn der Joker Batman bremsen wollte, warum hat er dann den Zugang zum Tunnel ermöglicht? Ist du den Boss wieder in Frage? Du jammerst nur noch rum, seit wir ausgebrochen sind. Chop hat seine Freundin geschickt, um uns zu sagen, dass wir den Tunnel sichern sollen. Wir haben also sichern wie den Tunnel. Wenn er uns befiehlt, die Fledermaus zu töten, töten wir die Fledermaus. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar. Ich mochte sie noch nie. Du bist kalt nötig, Mann. Komisch, mir hat er das gleiche befohlen. Ich hab ihm gesagt, dass ich gar keine Schwester habe, aber er hat es mir immer wieder befohlen. Ich bin ins Auto ran und hab die erste Schlampe überfahren, ich gesehen habe. Joker schien zufrieden zu sein. Haha. Der ist doch ne Lachnummer. Der eine hat ne Waffe, das ist nicht gut. Die müssen nicht ausschauen. Wow, fuck. Ah, scheiße. Wer trifft mich doch eigentlich nicht von hier so. Jetzt haben zwei in der Waffe? Scheiße. Egal, ich muss einfach runter und am besten placken. Nein, ich will den nicht, ich will den anderen. Scheiße, ich will den anderen. Der mit der Waffe. So, jetzt hab ich den mit der Waffe. Waffe. Lass nicht zu, dass ihr nicht... Ich steck dir das Ding so tief rein, dass du daran erstickst. Shit. Waffe, nein. Aufpassen hier, diese Ratten, Alter, mit der Waffe, ne? Scheiße, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Ganz, ganz schnell. Ah, fuck. Vorsichtig. Boah, scheiße, jetzt hab ich schrittig abgekackt hier. Das war wohl doch nicht so gut, weil die können ja die Waffe mal aufnehmen. Scheiße. Komm, kann ich da nicht rüber? Na toll, was ist das denn? Wieso kann ich da nicht rüber? Ah, geht doch. Oi, oi, oi. Scheiße, ey. Dein Gesicht wird ganz schön bluten. Ja, ja, ist doch in Ordnung. Wo muss ich denn hin? Ey, geht's dann da überhaupt noch weiter? Was ist das denn alles? Ach, da ist die Spur, okay. Medizinische Abteilung. Aha. Nein, ich bin gleich tot. Nein. Alter, wo hing ich denn da? Oh, Batman. Scheiße. Ich dachte, du würdest länger durchhalten. Naja, ja. Naja, er war blöd gemacht, einfach da rein zu springen. Ach. Aus Federn leert man, ne? Genau. Der letzte Tor verschlommen. Hier kommt die Fledermaus nicht durch. Aber wenn der Troller Batman bremsen wollte, warum hat er dann den Zugang zum Tunnel ermöglicht? Hörst du den Boss wieder in Frage? Du jammerst nur noch rum, seit wir ausgebrochen sind. Joker hat seine Freundin geschickt, um uns zu sagen, dass wir den Tunnel sichern sollen. Also sichern wir den Tunnel. Wenn er uns befiehlt, die Fledermaus zu töten, töten wir die Fledermaus. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar. Ich mochte sie noch nie. Du bist kaltblütig, Mann. Komisch, mir hat er das gleiche befohlen. Ich hab ihm gesagt, dass ich gar keine Schwester hab, aber er hat's mir immer wieder befohlen. Also bin ich ins Auto ran und hab die erste Schlange, die ich noch nie gesehen habe. Die Fledermaus! Na, ihr findet mich aber nicht. Komm schon! Ich schlag dich grün und blau! Ihr wisst ja gar nicht, wo ich bin. Haha. Wie krieg ich die denn jetzt am besten? Scheiße ist das. Die stehen da so heftig. Am besten darüber gleiten, oder? Ah, Scheiße! Ja, mach das. Okay. Scheiße, jetzt wissen die trotzdem, wo ich bin. Shit. Ich bin schon wieder leicht angeschlagen. Mist, ey, wie mach ich denn das? Ich muss da nochmal rüber. Shit. Ist nicht gut, Leute. Jetzt, wo die wissen, wo ich bin. Kacke ist das. Ich muss einfach runter um die platt machen, ey. Andere Lösungen hab ich irgendwie grad nicht. Nicht so unbedingt. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Ich glaube nicht, ey. Egal, ich mach's einfach. Komm, scheiß drauf. Oh. Einfach platt machen hier. Ohne Verletzungen. Ach. Keine, keine Gefangenen. Keine, keine Gefangenen. Er nimmt die Waffe. Schlag weiter! So, weg jetzt. Hat's doch nochmal geklappt, ey. Meine Fresse. Da muss man nicht aufpassen. Oh, da ist schon wieder ein Fragezeichen. Wie kommen wir da denn rein? Gar nicht, wa? Gar nicht, wa? Hm. Keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich... Oder? Irgendwie von da oben. Was ist das hier? Können wir doch bestimmt sprengen. Oder kaputt machen. Ja, müssen wir sprengen. Jawoll. Haben wir's. Scarface. Cool. Oha. Ach, sind wir nicht von hier gekommen? Ach, scheiße. Hä? Wo wo? Nee. Warte mal. Äh. Äh, äh, äh? Nö. Wir müssen doch... Hä? Jetzt bin ich auch ein bisschen durcheinander. Botanische Gärten. Da sind wir rein. Hä? Komisch. Das ist in der Tunnel. Wir müssen doch... Ah ja, wir müssen immer auch den Spuren folgen. Aber wo sitzt du denn? Da. Quincy Sharp. Okay. Ich denke mal hier lang. Weil da hinten sind nämlich schon wieder Gegner. Die uns hoffentlich nicht sehen. Hier ist die Abstandsleiter. Es ist nicht. Es geht, dass jeder seine Wappen zu kommen entlädt. Was geht denn hier ab? Ich empfehle sie direkt in eurer Nö. Ich kann es nicht wissen. Direkt in eurem Kopf zu entlang. Wie sieht er mich nicht? Ich möchte da oben irgendwie rauf, wenn's geht. Komm schon. Scheiße. Komm. Schön ruff. Er sieht uns nicht. Oder? Ah! So. Geht doch. Diese komischen, nervenden Dinger hier. Oh, gehen wir mal da hinten. Hin. Zu den lieben Jungs. Sind die bewaffnet? Nö, unbewaffnet. Können wir doch mal ganz chillig hinlatschen. Statten wir mal einen Besuch ab. Moin, Leute! Was geht ab? Was macht ihr denn hier? Alles klar bei euch? Anscheinend nicht. Sehen schon ein bisschen K.O. aus. Aua! Aua! Du wirst auf dem Boden liegen und bluten! Komm schon. Der eine greift mich gar nicht an mit dem Stock, eh. Komischerweise. Dein Elektro-Dreck hier. Aua! Hört mal auf mich zu schlagen, ihr Bannausen. Ja, ja, ja. Komm. Bam! Multi-Kill. Haha. Okay, Zellenblock. Aha. Wo sind denn die Spuren? Hier f- Ah, doch. Die führen doch hier hin. Okay. Sehr schön. Aber wir wollen erst mal da hin. Ja, natürlich. Das war ja wieder klar, ne? Gott sei Dank! Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. What? Okay. Was macht er denn da? Wer ist er denn? Krankenpfleger. Dankeschön, Batman. Die Wache hätte nicht mehr viel länger durchgehalten. Geht's ihm gut? Er hat sich am Kopf verletzt, als sie ihn zu Boden geschlagen haben. Führen Sie ihn so schnell wie möglich weg von hier. Bringen Sie ihn in die medizinische Abteilung. Das ist der sicherste Ort auf der Insel. Okay. Sobald er in der Lage ist zu stehen, gehe ich mit ihm dahin. Genau. Gehen wir mal dahin hier. Mit dem Versiften. Das ist alles voll versifft, ey. So, ich würde sagen, bevor wir da reingehen in den Zellenblock, mache ich hier erstmal einen Aufnahmestopp und verabschiede mich hier von der Folge hier bei Batman Arkham Asylum mit eurem Mr. Freako. Also macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.